Im ersten Teil, der Ist-Zustandsanalyse, der generellen Analyse, wurden allgemeine Informationen über das Unternehmen gesammelt. Der zweite Teil, die Bestandsanalyse, hat die Grundinformationen geliefert, die für jede Materialflussplanung gebraucht werden. Grundstücks-, Hallen- und Maschinenauftellungspläne sowie Maschinen-, Lager- und Fördermittellisten. Zudem wurden die Flächen-, Maschinen- und Personalstruktur des Betriebes erfasst. In der Bestandsanalyse wurden außerdem die Abteilungen für die Achsenbezeichnung der Transporttabelle definiert. Im dritten Teil, der Ablaufanalyse, werden die Materialflüsse und die dazugehörigen Transportintensitäten untersucht. Die zu erhebenden Daten werden dabei entweder direkt vor Ort durchsichten und zählen oder indirekt zum Beispiel über Informationen aus dem Controlling erfasst. Die in der Ablaufanalyse ermittelten Transportintensitäten werden schließlich in die Transporttabelle eingetragen. Die Transporttabelle gibt einen schnellen Überblick darüber, welche Transporteinheiten zum Beispiel in einem Monat in welcher Anzahl zwischen den Abteilungen transportiert wurden.